Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fifty Shades of Games und Starhaven. Spacehaven? Ich kann es mir einfach nicht merken. Spacehaven. Wir springen ins nächste System. Ich glaube hier hinten haben wir uns noch nicht angeschaut. Die beiden machen mir halt Angst. Gehen wir noch nicht hin. Wir werden erstmal hier noch ein bisschen chemische Rohstoffe abholen. Und wir müssen auf die Nahrung achten. Warum habe ich jetzt... So, was ist das? Bam bam. Tätigkeiten? Ich hätte gern die Wände nicht. Also Botanik ist halt echt viel zu tun. Forschung ist natürlich zu tun. Und die Nahrungsmeldung ist weg. Aber es dauert jetzt natürlich ein Weilchen, bis die ihre Ernährung besser hingestellt haben. Wobei, hier Ernährung 105. Im Magen sind viele Kohlenhydrate. Keine Giftstoffe. Vitamine haben sie genügend. Gesundheit geht hoch. Sehr gut. Ich glaube wir haben die Kurve gekriegt. Was Botanik angeht. Wir produzieren mehr als genug Nahrung. Das ist wirklich einfach der Fall. Ja. Dann bauen wir hier fix ab. Sprengen ins nächste System. Bauen ab. Und dann schauen wir uns die neuen Schiffe an. Und was ich mich halt auch frage ist. Wie viel fehlt mir denn noch für Schilde? Also Schildkontrollpult und dann Schildgenerator. Damit wir endlich auch mal selber Piraten jagen können. Piraten jagen ist halt eine riesen Ressourcen Investition. Weil man halt Energiezellen in die Waffensysteme schmeißen muss. Also musste. Vielleicht hat sich das ja geändert. Und der Kampf selber. Crew gegen Crew ist sehr sehr zufällig. Wodurch das Gefangenehmen von Leuten echt schwierig ist. Zumal die halt so dämlich sind. Und teilweise eher sterben. Als sich zu ergeben. Also wenn der ein Schiff zerstört ist. Haben die sich nicht. Nicht ergeben sozusagen. Sondern haben dann immer noch gesagt. Ja nee 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 wir ballern dich weg. Und das war immer ein bisschen arg anstrengend. Mal schauen ob wir das hinkriegen. Wir haben keine. Aufgaben die zu verrichten sind. Also die die darauf warten. Unsere Lagerhaltung sind halt ziemlich voll. Lager voll Lager voll. Wir haben halt unheimlich viel Zeug. Sehr viele Rohstoffe. Vielleicht. Sollte ich auch für Rohstoffe zu sammeln. Wir haben 51 Stahlplatten. Wir haben. Wir hatten noch den Zusammenfüger. Das ist die Metallgraferie. Haben wir den Zusammenfüger nicht schon gebaut? Ähm. Bam bam. Zusammenfüger. So sieht der aus. Und ich finde ihn nicht. Dann stellen wir hier noch einen Zusammenfüger hin. Und dann bauen wir nämlich. Ähm. Selber. Die Bauteile. für unsere Rumpferweiterung. Dann können wir das Schiff erweitern. Können größer werden. Und größer ist immer besser. Wobei ich immer noch das Problem hatte. Die Druckschleuse bewegen zu müssen. Ich glaube wir werden hier erweitern. Die Druckschleuse hier hinsetzen. Ah. Kein Strom. Ähm. Bam bam. Ja der. Ich habe ihn exakt dahin gesetzt worden. Natürlich. Oh Valentin. Das hast du ja schnell gebaut. Ähm. Bam bam. Also. Falls weniger als 50. Weichblöcke. Fühlenblöcke. Falls weniger als 50. Infrablöcke. Falls weniger als 50. Wenn ich hier beim Recycling. Wie ist denn hier eigentlich. Die Regel. Falls wir weniger als 50. Höhlen Schrott haben. Baue. Oder falls wir weniger als 50. Outputs. Dinger haben. Baue. Weil. Schrott. Wie viel Schrott. Haben wir denn eigentlich noch. Wir haben noch 115. Höhlen Schrott. Ich glaube die können wir alle mal umstellen. Auf fortgesetzt. Ja. So. Forschung. 75 Prozent. Sehr gut. Ähm. Wir springen mal weiter. Einmal darüber. Können wir das Schiff. Anschauen. Ah der springt gleich weiter. Eigentlich wollte ich mit dem Handeln. Schauen wir uns hier das Schiff an. Dinge auseinander bauen. Immer gut. Ähm. Eins. Drei. Drei. Und vier. Bam bam bam. Ähm. Ne. Nicht der Shuttle Hangar. Ihn hier. Das Shuttle. Da. Das ist ein süßes kleines Schiffchen. Da kann aber jetzt nicht groß was sein oder? Ah ja. Direkt vor der Tür steht eine. Okay. Offensichtlich große. Lassen die mal so da drin stehen. Weil das eher hier. Einen Schritt nach vorne macht. Um zu pullen. Nein. Nicht schießen. Okay. Da hinten ist nix. Hier sieht es auch gut aus. Okay. Ihr dürft mitkommen. Und Terrence macht dabei die Tür auf. Terrence macht dabei die Tür auf. Ah ja. Und hier ist nämlich. Feuer frei. Macht das große Zeug kaputt. Nicht drauf schießen. Hier hinten ist noch eine Tür. Sieht so aus als wäre kein Overlord da. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ja. Alles aufgeklärt. Direktbefehl weg. Direktbefehl weg. Und dann bitte alles mal klauen. Und alles bergen. Außer den Hüllenschrott. Weil Hüllenschrott haben wir. Also wenn wir das haben. Das ist Hüllenschrott. Ähm. Infrablöcke. 50 Stück. Also Infrablöcke müssen wir mal verkaufen. Ähm. Bambam. Rumpferweiterung. Wäre jetzt so. Vielleicht nur schauen. Dass wir hier die Mauer wieder rankriegen. Die Auswirkungen hat das eigentlich auf. Ähm. Das Gewicht. Aber sehr schön. Das lässt sich doch bauen. So. Die Wandleuchtung haben sie alle da gelassen. Okay. Zu allererster machen wir hier wieder. Ähm. Wand. Rein. Damit der Raum geschützt ist. Das schließlich Nahrungsproduktion. Dann. Hier ist Hüllenstabilisator. Da müssen sie ran. Von der Seite. Dann können wir hier also in eine Wand reinziehen. Dann können wir ihn hier. So hin bewegen. Und ihn. So daneben bewegen. Ne. Da müssen wir erstmal ein Licht hinstellen. So hin bewegen. Dann kann da nämlich ein Licht hin. Dann will ich da wieder eine Batterie drin haben. Ne. Ne. Dann nehmen wir so einen Stromknoten. Weil der kann mich von selbst auch mehr nehmen. mehr halten. Und haben dann. Licht. Hier. Und hier. Und den uns erstmal koppeln. Kurz dahin. So. Er kriegt wieder sein übliches Rezept. Den machen wir noch nicht. Weil wir noch keine verbesserten Antriebe haben. hin. Und er kriegt sein Fals. Habe gesehen davon, dass er noch keinen Strom hat. Weil er hier Energieblöcke fehlen. hin. Das heißt aber. Ähm. Systeme. Überraumantrieb. Dahin. Und. Druckschleuse. Hier hin. Ne. 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 Okay, das ist natürlich blöd, dass unsere Treibstoffraffinerie und Energieraffinerie gerade keine Stromversorgung hat, aber das ist jetzt halt so. So, da kommt die Tür rein, aber dafür haben wir jetzt wieder genügend Antrieb, um das Ding auch zu bewegen. Jetzt können wir ihn hier abreißen, den montieren. Dann kommt nochmal ein Lager hier hin, eine Lagerung, großes Lager. Direkt neben die Station, also den Eingang. Eintreffendes Schiff, mit dem handeln wir dann und kaufen vielleicht neue Energieblöcke. Ich hätte irgendwie im Kopf, dass wir ewigst viele Energieblöcke haben, aber offensichtlich nicht. So, beziehungsweise drückschleusen. Kriegen wir hier noch einen Shuttle-Hangar hin? Dann weisen wir nämlich das Shuttle da hin? Oder brauchen wir ein zweites Shuttle? Ich meine, selbst wenn wir ein zweites Shuttle haben wollen, sollte der hier da wegkommen. So, handeln wir mal mit euch. Habt ihr Energiezellen für mich? Das sind Energieblöcke? Nein, habt ihr nicht. Aber ihr habt ein bisschen Kohle. Und ihr wollt Höhlenblöcke? Aber ihr kriegt Chemikalien. Und Kunststoff. Und wir kriegen von euch, ne Viertel, also das ist viel zu teuer. Ja, wir kriegen von euch gar nichts. Passt. Schade, dass die nichts für uns haben. Ähm, ich glaube das Bergen, kriegt man dann vorantreiben. Ja, das Shuttle. Wie ist das jetzt hier? Du. Neu zuweisen. Hier annehmen. Dann können wir ihn hier demontieren. Eigentlich bräuchte er hier noch seinen eigenen Rauchfilter und seinen eigenen Thermostat für den Fall, dass da mal drinnen brennt. Temperatur 19 Grad. Hier hinten ist ganz schön kalt. Okay, da sollte auf jeden Fall noch ein Thermostat hin. Ähm, bam bam. Wie ist denn hier der Strom? Bevor ich da wieder irgendwelche... Ah, lass mal so hier. Äh, welche Sachen fährt Thermostate, die ähm... Gar nicht reinpassen. So energiezellentechnisch, wir haben noch 5 Stück. Und hier sind noch 1,1 drin. Also wir haben noch einen Ticken Zeit, bis wir Rumprobleme kriegen. Valentin gerade forscht, das lasse ich am forschen. Sehr schön. 91 Prozent. Er geht also voran. Ähm, wie sieht es hier aus? Wir können sprengen. Auf ins nächste System. Ähm, da ist ein Pirat. Okay. Planänderung. Hier ist nix. Dann tauschen wir mal Plätze. Gut, dann gehen wir jetzt hier rüber in das System und schauen mal nach, wie schlimm das ist. Also ob die da jetzt gleich alle komplett frei drehen. So, kosmische Nebel. Ah. Das Ding haben wir auch komplett auseinander genommen. Das kann aber immer noch geklamt werden und deswegen... Okay. Das haben wir schon. Das ist echt ein Problem. Kaum spielt man mal eine Woche nicht. Ähm, dann habe ich das hier auch schon auseinander genommen. Ja, das war das, wo ich den Piraten begegnet bin, ich erinnere mich. Ja, ja. Die Frage ist, ob wir es irgendwie hinkriegen, ähm, die Piraten zu killen. Also, so lange weg tanken, bis die von anderen Schiffen gekillt werden. Ja, dabei wollen wir erstmal weiter ab. Waschen. Dass wir das Klinikback kriegen. Weil ich will auch keine Gefangenen machen, wenn ich kein Klinikback da habe. Da, da, Schusswechsel und sonst was ist ja alles nicht so richtig. Also. Wir haben noch echt einiges. 19 Höhlenblöcke wieder. Ich überlege gerade, ob ich mit der Rumpferweiterung Probleme schaffe, die ich nicht lösen kann. Aber eigentlich sollte das passen. Wir haben hier Energieprobleme. Weil die hier auch nur auf 35% laufen. Also, wir sollten uns hier nicht Ewigkeiten aufhalten. Aber das Schöne ist halt, dass wir ja weiterspringen können. Sobald. Also, selbst wenn hier alles im Bau ist. Also, das hatten wir ja schon mal probiert. Ja. Kurz ein Drive-By. Die höhere Prio sollte ich eigentlich auf die Stromdinge geben. Ähm. Geschlechtes Thermostat und Strom. Da könnten wir nochmal ein Thermostat hinsetzen. Der hier läuft auf 88%. Ja, das geht eigentlich sogar. Wir kriegen Stromausfälle. Wir haben alles eingesammelt. Komm, wir springen weiter. Ähm. Nicht genügend Strom. Ah, okay. Jetzt muss ich hier mal umkoppeln. Also, du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Damit ist der Strom von allen Generatoren auf die wichtige Hälfte des Schiffes sozusagen. Okay. Wir sollten halt nicht mehr Strom verbrauchen. Damit genügend Strom hier hinten an die Antriebe kommt. Und. Wie kriege ich das jetzt hin? Wie kriege ich das jetzt hin? Ich meine, er hier ist ja leer. Also, kann ich den ja auch entkoppeln. So. Damit kann ich doch eigentlich auch ihn entkoppeln. Und. Da haben wir wieder ein bisschen was weniger weg. Wir können springen. Okay. Wir müssen viel näher an die Sonne ran. Was wir da hätten. Wo ich jetzt wieder schon meinen Force fremd mache. Ähm. So. Wie sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir bei 85% Solarenergie. Ähm. Die Kopplungen müssen wir wieder zusammen packen. Also. Du darfst dich wieder dahin, dahin und dahin koppeln. Du darfst dich wieder dahin und dahin. Ein koppeln. Und damit ist alles wieder mit Saft versorgt. Und das fährt auch wieder hoch. Und wir müssen hier einfach, weißt du, also das geht so nicht. Der hier wird demontiert. Damit der Strom, ähm. Block für den, für die tatsächlich Stromversorgung da ist. Und dann können wir nämlich wieder refinern. Wir machen es wieder viel, viel knapper, als es notwendig ist. Ähm. Bamba. Wer von euch kann das denn machen? Hier. Valentin, macht das bitte mal. So. Kein Pirat. Sehr gut. Ähm. Mach doch bitte mal hier. Gut, kurz diese Logistikaufgabe. Und jetzt diese Bauaufgabe. Damit wir das Ding endlich mal koppeln können. Und wir hier sagen können, Fertigung. Energiestäbe. Sehr gut. Und jetzt sehe ich auch, dass ich hier eigentlich eine Tür drin haben möchte. Ähm. Bambam. Superblöcke. Sehr schön. Energiezellen. Toll. Ölenblöcke. Infrastrukturböcke. Aber keine Energieblöcke. Aber Energieschrott. Und Energieschrott, finde ich, kann man kaufen. Plötzlich künstliches Fleisch. Sehr gut. Machen wir das so. Dann zahlen die uns sogar noch Geld dafür. Und nahrungstechnisch sehend unsere Leute auch happy. Ja. Wir machen das hier anders. Wandlicht wird demontiert. Die Wand wird demontiert, sobald das Wandlicht weg ist. Dann kommt da eigentlich nochmal eine Tür hin. Ja. Also. Wand. So hin. Für. So hin. Dann wird die Batteriezelle hier in die Ecke gestellt. Um Strom speichern. Und dann kann nämlich nochmal ein Licht. Hingestellt werden. Ja. Ich finde so passt. Wir kriegen wieder Energiezellen. Unser Schiff ist deutlich größer geworden. Passt. Das heißt, jetzt kriegt die Metallerefernerie ihren eigenen Raum. Ähm. Bam, bam. Guck mal. Das heißt, Wände. Eine Wand. Geht jetzt so. Damit haben wir hier einen Raum für Lager und Denkram. Da kommt dann hier eine Tür hin. Ähm. Bam, bam. Dann kann eigentlich dieser Raum, ähm, bam, bam an Krams weg und durch eine Wand ersetzt werden. Ja. Ja. Warum macht das denn? Gut. Wie wir weiter bauen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.